Hallo liebe Mitglieder, ich möchte euch heute ein paar Tipps geben zum Thema Ernährung. Dabei geht es mir aber gar nicht ums Abnehmen oder um Kalorien, sondern ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen, wie ihr über eine gute Lebensmittelauswahl, eine gute Ernährung euer Immunsystem kräftigen könnt. Dass selbst zubereitete Mahlzeiten aus frischen Lebensmitteln gesünder sind als zum Beispiel Fertiggerichte oder Fastfood, das dürfte hinlänglich bekannt sein. Und ihr wisst bestimmt auch, dass man über Vitamine und Mikronährstoffe sein Immunsystem stärken kann. Aber welche sind das jetzt genau? In welchen Lebensmitteln sind die enthalten? Welche Mengen benötige ich überhaupt? Dazu möchte ich euch heute ein paar Hinweise geben. Empfehlungen zur Tagesdosis sind auch sehr unterschiedlich. Das kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, ob ich gerade krank war, ob ich viel Sport mache, ob ich sehr viel Stress habe, ob ich Medikamente nehme. Das kann also durchaus abweichen. Und ich bitte euch da auch grundsätzlich, wenn es Unsicherheiten gibt, nochmal mit einem Arztrücksprache zu halten. Die Referenzwerte, die ich im Laufe dieses Videos nenne, dazu habe ich Quellen, die am Ende des Videos verlinkt sind. Und ich bitte euch, da könnt ihr auch ruhig nochmal reinschauen. Bevor ich jetzt zu den Vitaminen und Mikronährstoffen komme, möchte ich aber nochmal was zum Eiweiß sagen. Unser Immunsystem besteht nämlich aus Eiweiß und daher ist es natürlich grundsätzlich wichtig, dass wir ausreichend diese Eiweißbausteine auch zu uns nehmen. Entsprechende Lebensmittel sind Fisch, Geflügel, Fleisch, Milch und Milchprodukte wie Quark, Käse oder aber auch Eier. Und da wir hier auf dem Land leben, sind wir eigentlich in der glücklichen Lage, dass wir uns auf einem Biohof oder es gibt ja auch noch viele Direktvermarkter oder kleinere Metzgereien. Also dass wir uns hier regional zum Beispiel einen Huhn kaufen können und uns das selber zubereiten können. Weitere Eiweißquellen wären dann auch noch Haferflocken und eben auch Hülsenfrüchte. Achte einfach darauf, dass jede deiner Mahlzeiten einen großen Anteil an einer dieser Eiweißquellen hat. Und zwar wirklich den größten Teil auf dem Teller. Eine gute Portion Gemüse noch dazu und einen eher kleinen Anteil an Kartoffeln, Nudeln, Reis und so weiter. Und schon habt ihr eigentlich eine perfekte Mahlzeit für euch zusammengestellt. Ja und nicht zu unterschätzen ist natürlich auch noch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Also ausreichend trinken, damit unsere Schleimhäute nicht austrocknen und damit anfälliger werden für Bakterien und Viren. Jetzt zu den Vitaminen. Vitamin C dürfte bezüglich des Immunsystems das bekannteste sein. Enthalten in Zitrusfrüchten wie Orangen, Grapefruit, Zitronen natürlich und so weiter. Es gibt aber auch andere Lebensmittel. Viele Kohlsorten enthalten auch viel Vitamin C. Zum Beispiel Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl, aber auch die Paprika, rote Paprika hat einen sehr hohen Vitamin C-Anteil. Auch Sauerkraut ist ein guter Vitamin C-Differant. Wenn ich mal vergleiche, bekannt ist ja die Orange als Vitamin C-Quelle. Die enthält 50 Milligramm pro 100 Gramm. Beim Rosenkohl sind wir bei 110 Milligramm. Das ist also mehr als das Doppelte. Und die Paprika als Spitzenreiter mit 140 Milligramm habe ich fast die dreifache Menge an Vitamin C. Ernährungswissenschaftler empfehlen im Fitnessbereich und bei Leistungssportlern durchaus eine Menge von drei Milligramm pro Tag. Weitere Mikronährstoffe sind Zink und Eisen. Die sind auch sehr wichtig für das Immunsystem. Da empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sieben Milligramm pro Tag. Und die werden enthalten zum Beispiel in 130 Gramm Hartkäse, 200 Gramm Weizen, 130 Gramm Nüssen oder 150 Gramm Haferflocken. Aber auch hier haben wir wieder eine deutlich höhere Empfehlung von Ernährungswissenschaftlern, die sagen, wenn ich einen wirklichen Effekt für mein Immunsystem haben möchte, also auch wirklich das spüren möchte, dann brauche ich schon 25 Milligramm am Tag. Das ist also das Dreieinhalbfache. Und dann müsste ich zum Beispiel schon rund ein Pfund Käse essen oder ein Pfund Nüsse, Weizen und Haferflocken. Also wenn man eine wirklich gute Versorgung gewährleisten möchte, ist es durchaus sinnvoll hier und da auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Wertvolle Eisenquellen sind neben Fleisch und Fleischprodukten noch Hülsenfrüchte und Sesam. Dann haben wir noch Omega-3-Fettsäuren. Die liefern uns Grundbausteine für Substanzen, die entzündlichen Prozessen im Körper entgegenwirken. Und in Bezug auf Infektionen sind die natürlich auch sehr wichtig. Außerdem sind es Bausteine für unsere Zellwände, also stabile intakte Zellwände sind natürlich in der Immunabwehr auch von größter Bedeutung. Eine sinnvolle Tagesdosis wären da 2000 Milligramm. Und um die zu erreichen, müsste ich täglich 100 Gramm Herring, 250 Gramm Lachs oder sogar 3000 Gramm Kabeljau zu mir nehmen. Also mal abgesehen von den 3000 Gramm Kabeljau, selbst bei 100 Gramm Herring oder 250 Gramm Lachs, wer schafft das? Wer ist täglich Fisch in diesen Mengen oder überhaupt täglich Fisch? Also ich denke, hier ist auch denjenigen, die jetzt nicht gerade Fisch überhaupt nicht mögen, zu empfehlen, auf Nahrungsergänzungsmittel, also Fischölkapseln, zurückzugreifen. Vitamin D haben wir da noch. Vitamin D ist das Sonnenvitamin, denn es wird durch Sonnenstrahlung aus einer Vorstufe in der Haut hergestellt. Und da wir nur 10 bis 20 Prozent von dem Vitamin D über Nahrungsmittel wie Avocado, Pilze oder wieder fettreichen Fisch wie Lachs, Makrele oder Hering zu uns nehmen können, ist hier auf jeden Fall und gerade in der Winterzeit ein Vitamin D Präparat zusätzlich zu empfehlen. Ja, damit bin ich jetzt am Ende und ob man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen möchte oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich rate euch nur, wenn ihr welche zu euch nehmen wollt, achtet darauf, dass ihr hochwertige Produkte habt, dass es also nicht unbedingt aus dem Supermarkt oder der Drogerie ist. Und ich persönlich nehme Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich seither kaum noch erkältet bin und einfach für mich ein gutes Gefühl habe, dass ich meinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen auch gut versorge. Über das Thema sprechen wir natürlich auch in unseren Trainerterminen. Also wenn ihr da individuell Näheres noch wissen wollt, grundsätzlich nehmt die Trainertermine wahr und sprecht uns an oder einfach hier im Studio zwischendurch Johann, Katrin oder mich ansprechen. Da helfen wir euch gerne weiter. Das war's für heute. Dann sage ich nur noch Tschüss und wünsche euch einfach alles Gute, bleibt gesund.